Hi Leute, heute kommt mal wieder ein kleiner Stallvlog online. Zuallererst haben wir Ferino rausgeholt und angefangen zu putzen. Er verliert am Kopf und an den Beinen super viel Fell, deswegen gehen wir mit dieser Fell-Schönwürste immer ganz gründlich darüber. Anschließend haben wir das neue Schweif- und Mähen-Spray ausprobiert, was ich gekauft habe, als ich so frustriert war, weil ich keine Reithose gefunden habe. Danach ging es zum Satteln und Trensen, das hat er wieder superartig gemacht. Als Mama dann am Reiten war, habe ich gefilmt und fleißig abgeäppelt, so wie immer. Danach bin ich auch noch kurz drauf gewesen, habe ein paar Runden getrappt auf Ferino. Nach dem Reiten durfte er wie immer seinen Eimer Wasser trinken und inhalieren. Während Ferino inhaliert, mache ich immer seine Hufe sauber und putze sie nochmal über. Und wir alle wissen, nach dem Inhalieren gibt es entweder eine Banane oder einen Apfel, weil sonst rastet er komplett aus. Und dann habe ich noch Futter fertig gemacht.